So, hier sind wir im Frühstücksduchee im Club Albion. Ich zeige euch mal kurz, was es alles gibt. Frühstücksduchten und Speck. Hier drüben gibt es noch Brot. Sie haben einen deutschen Bäcker, wie Sie hier im Club mit frischgebackenem Brot. Hier etwas Süßes, schön Brot. Hier werden Krebs gemacht. Hier was Süßes. Hier der junge Mann. Schöne Brötchen in der ägyptischen Ecke. Käseaufschnitt. Frisch gepresste Säfte. Der junge Mann macht das richtig schön backen. Hier kann man sich selber noch Brettflugzeugen pressen. Eine komplette Müsli-Ecke. Hier in der Mitte gibt es Eier. Alles frühe, halle, frühe, 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 frühe. Und der letzte Müsli-Ecke. Das Essen ist Rammort. Hier wird es noch einen Rammort. Das Essen ist noch ein Rammort. Das ist das Essen-Ecke. Und das Essen-Ecke. Vielen Dank.